Hallo YouTube, hallo Welt, willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was man tun kann, wenn man auf den Zentralverrichtungsknopf am Auto drückt oder am Schlüssel vom Auto so rum und das Hecksklappenschloss, jetzt haben wir es, öffnet nicht mehr. Das liegt zum einen daran, dass entweder dieses Teil kaputt ist, das ist dieses Verbindungsstück zwischen Stellmotor und Schloss, das bricht gerne hier auseinander, dann haben wir das in zwei Teile oder wie es bei mir jetzt der Fall ist, dass es hier einfach diesen Bogen abreißt, weil das bloß Guss ist und ein bisschen unterdimensioniert ist, alles gesagt zur Brennerkrankheit und dann haben wir da halt nur einen Einmalöffner. Es passiert quasi folgendes, ich bin jetzt mal Stellmotor, also das ist Stellmotor, das öffnet und beim schließen hübt es raus und ja. Und heute wollen wir diesen Einmalöffner wieder bauen, so dass es wieder vernünftig funktioniert. Was machen wir da? Zuerst haben wir jetzt einen Schraubenzieher und machen diesen Sprengring hier raus. Dann ziehen wir das Teil einfach raus. Wichtig ist ja die Feder, die steckt jetzt hier irgendwo drin, auch mit rausholen. Na gut wenn es nicht will, dann drücken wir einfach hier die zwei Stifte noch raus, weil ich will es eh noch fetten. Es geht hier wirklich schwer. Na also es geht wirklich schwer. Dann nehmen wir uns den Schraubenzieher und drücken die zwei Stifte noch raus. Und diesen einen Sitz hier oder diesen Sitz von dem Schlosstuch dann noch schmieren. Und hier sieht man eigentlich auch, wie das dann wieder eingebaut wird. Also das hat auf der linken Seite jetzt eine größere Nut. Hier größere Nut und hier auf der rechten Seite ist die kleinere. Und so muss man das dann wieder reinstecken. Und jetzt ist das Problem hier mit der Feder. Das zeige ich aber dann nochmal. Ich bubbel die mal raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So also ich habe es noch nicht geschafft. Wir müssen uns eine Büroklammer nehmen. Die vom Draht oder einen Draht nehmen, der vom Durchmesser her so ist, dass wir hier rein kommen. Und den tun wir unten rum biegen. So dass da, ich versuche es mal hier zu zeigen, dass da hier um diesen Schlitz rum passt. Jetzt sehen wir das ja einmal rum. Und jetzt können wir die Feder rausziehen. Da haben wir sie. Das ist die Feder, die quasi verhindert, dass das Schloss, wenn wir das sehen. Das hier ist kaputt. Ich stecke das jetzt nochmal rein und zeige das so. So wäre quasi auf. Und so ist zu. Und das verhindert, dass das Schloss, wenn es zu ist, wieder in Richtung auffällt. Unter die Feder. Jetzt machen wir es erstmal sauber, weil wir die Außenseite noch einfetten wollen. Ich sage, das zeigt das extra so langsam, weil es gibt ja, oder gibt ja noch Leute, die kennen sich mit der Materie nicht aus. Also für mich wäre das jetzt ein wenig Aufwand, sagen wir mal so. Dann müssen wir ja noch den Keim rausholen. Das brauchen natürlich ein wenig Fett. Dann haben wir mit der Sorge schon fertig. Der Gummi kriegt natürlich auch noch ein bisschen was. Dann stecken wir das wieder zusammen. Das ist so rum. Dick an dick. Die Feder nicht vergessen. Dann stecken wir das hier drauf. Ich stifte wieder an die davor gesehenen Löcher. Zwei. Vergleichen wir nochmal das. Kaputt ganz. Oh, kein Problem. Kriegt man noch ein bisschen Fett rein. Beim zusammenbauen die Feder hier drauf legen. Also die Feder in die Nut legen. Finger festhalten. Erstmal pro forma hier reinstecken. So. Und das sehen wir jetzt hier, wie die Feder da drin verschwindet. So, da sind wir wieder. Und wir stecken oder bringen noch den Sprengring an. Dazu drücken wir einfach hin und da auf wieder. Der Schwert legt ein. Fertig. Haben wir jetzt hier. Flutscht jetzt schön. Das geht auch wieder. Der Ring ist dran. Also es funktioniert wieder. So. Okay. Das letzte was wir jetzt noch machen müssen. Dieses rote. Dieses Verbindungsstück quasi anbringen. Was den Stellmotor mit dem Schloss verbindet. Einfach reindrücken. So vorsichtig sein. Natürlich nicht, dass man das Öl gleich wieder abhubt. So. Schloss gebaut. Okay. So. 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 Vielen Dank.